Der 1. FC Kaiserslautern und Holstein Kiel trennen sich 0 zu 3. Meine Kieler sind somit wieder auf Platz 3 der Zweitliga-Tabelle. Es war eine sehr reife und erwachsene Leistung. Ich bin sehr, sehr stolz auf meine Kieler. Und ja, am Betze zu gewinnen ist ja eh immer was Schönes. Und vielleicht gibt es ja Aufschwung. Also ich glaube noch nicht so dran, dass wir am Aufsichtsrennen mit dabei sind, also bis zum Ende. Aber ich lasse mich gerne des Besseren belehren. Es war Pichler in der 16. Minute, der das 0 zu 1 gemacht hat. Kaiserslautern hat ja an sich kein so schlechtes Spiel gemacht. Aber es fehlten zum Teil die Ideen, auch die Umsetzung und vor allem natürlich die Tore, was ja logisch ist. Kurz vor der Pause Jan fielte ab mit dem 0 zu 2. Freut mich für ihn, dass er endlich mal wieder trifft. Und vielleicht gibt das ja auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Kann dem Jungen echt nicht schaden. In der zweiten Halbzeit hat Kiel so viel getan, wie sie mussten. Hatten ja einen guten Vorsprung und sowas. Pichler, der den Doppelpack schnürte, in der 58. Minute. Und danach ist eigentlich auch nicht mehr so viel passiert. Gab vielleicht noch ein paar Gelegenheiten auf beiden Seiten. Aber so wirklich Druck machen musste Kiel ja nicht. Man war 3 zu 0 vorne. Man konnte ein bisschen die Ressourcen schon. Man konnte vor allem sich Kräfte einsparen und einteilen. Und deswegen ein mehr als verdienter 0 zu 3 Auswärtssieg. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz. Ich hoffe wirklich, dass wir das in Zukunft genauso hinkriegen. Vor allem auch mal öfter zu 0 spielen. Und dann kann vielleicht im Aufstiegsrennen bis zum Ende der Saison auch richtig was drin sein. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen. Abonnieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video. Und ciao. Haut rein.